Ah, ich hab Thibos gar nicht benutzt. Schade, das gemacht hätte ich meinen Thibos noch machen können. Geil. Thibos ist echt ne nice Aktion. Ah, ich glaub die haben den getötet. Die haben Thibos getötet. Nein, diese Schweine. Niemand tötet Thibos. Ich finde die voll cool irgendwie, ich weiß nicht. Die hat was. Ich hab die nie spielen, weil ich die immer nur in schlechte Aktion gesehen habe. Dann neige ich die immer nicht hin. Ich hab die immer nur in schlechte Aktion gesehen. Ich hab deswegen gesagt, ja okay, gut, dann lässt es bleiben. Spielst du lieber nicht mit der, bevor du Scheiße baust. Okay, da haben sie ihn erwischt, aber ich glaub da kommt noch mehr hoch. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Denn ich brauche keine Streichhölzer. So, hallöchen Freunde. Wie sieht's aus hier? Lust zum Spielen und Spaß haben mit mir? Heuer Tod und Wärme. Heuer Tod und Wärme. Heuer Tod und Wärme. Heuer Tod und Wärme. So. Hier geh ich mal back. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht an dem Typen. Ähm, wird das Laufdinge und Magie durchdringen. Und das hole ich mir natürlich gleich mal. Oh, warte mal. Ne, hole ich mir nicht, weil ich kann jetzt den Stand des Zeiter das holen. Der ist doch meiner Meinung nach ein bisschen besser. Wo ich mir das hier noch... Und dann bin ich jetzt bei 100 AP. Ich weiß nicht, wie das bei Dings aussieht, wie viel die insgesamt haben kann. Werden wir dann sehen. Anni lädt ihren Zauber auf. Wenn sie für Zauber geladen hat, wird ihr nächster Angriffszauber ihre Ziele betäuben. Ach so, alles klar. Immer ihr seid. Ah, die ist nächste offensive Fähigkeit. Ich halte alle Ziele. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hilf mir. Ah. Ah. Das ging nicht gut. Das war sehr schlecht. War ja die zwei Kills. Ach ja, ich habe ja den und den. Yeah, ich bin gut. Ich rede mich mit einfach mal ein. Ich habe sogar noch einen Brand dabei. Weil ich ihn voll gekauft habe, um ihn zu benutzen. Oh. Da ist nicht mehr viel Leben vorhanden. Bleib nicht zurück. Ja, ich bin doch schon dabei. Aber gegen so viele... Oh mein Gott. Der stirbt. Der geht rauf. Oh, der geht rauf. Nein, Donny. Bam. In your face. Sehr nice. Tibbers. Yeah. Ja. Bitte da auf den Typen drauf, Tibbers. Mein süß und kleiner Teddy will. Nice. Was ist hier? Tibbers, mach mal bitte Turm. Okay, dann hat er ganz kurz gekillt. So, kurz den Schild anmachen, damit er nicht auf die Idee kommt, mich zu attackieren. Aua, hat es hat weh. Aber nur ein bisschen. Nee, mache ich das. Nein. Aber es ist schwächlich, kommt es mir schon vor dir an. Ist ja noch ein kleines Kind, gell. Oh mein Gott. Das war's. Da wäre ich aber eh nicht rausgekommen und wenigstens sind die anderen beiden dafür jetzt weggekommen. Das ich gestorben bin. Ähm. Jetzt kann ich mir die Tauberschule mal holen. Dann habe ich die Magiedurchdringung gleich, die ich brauche. Und da hat Lux eingelandet. Wunderbärchen. Gleich mal loben, um die Teamförderation zu motivieren. Ich fördere die motivierte Teamförderation der motivierten Förderer. Jetzt habe ich auch Tibbers, da ist einer, noch einer, noch einer. Dazu eine Menge, noch einer. Ich habe zwar meine Ulti-Gracet, aber dafür. Ist, äh, wunsch, Tibbers benutze hier. Da. So. So. Hierzu drei werden wir das aber nicht schaffen. Aber wir könnten hier lang mal gehen. So. Einmal. Und wenn der durch? Oh, 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 oh. Oh oh, oh, oh. Oh. da war ich so ein bisschen schaden jetzt die luft natürlich auch gleich rein heute strahlen wie sie halt ist der nächste wie kam hier rennt man mit zehn lebenspunkte drei solche gegner sein wo das wort aber noch erwischt heute das nicht so intelligenten läuft jetzt raus oder ein lebensfraub dabei so okay 20 lauftempo da an die sehr langsam ist nämlich mir glaube ich hier nochmal ja das läuft halbwegs normal okay das ist okay dann verteidigen wir mal unseren turm sterbt alle oh all Alter Schwede, da haben sie uns aber richtig vernichtet gerade. Ach, tu meine Güte. Das war eine Ulti, das glaubst du nicht. Ich nehme mich gerade ein wenig zurück und entspanne bei der Aussicht darauf, dass ich so turmlechdaunen bin. Ich glaube, jetzt am Turm. Schade, schade, schade. So, dann. Helfen wir mal an. Direktor Frontalangriff und so was. Ich bin das gleiche Mädchen. Habe ich den meisten Leben? Den meisten Leben? Habe ich das meiste Leben? Aua, nein. Ich kann mich nicht wehren. Ich will auch mal. Äh, wo ist der Rest? Ist doch da. Ach so. Da geh ich natürlich mit. Freude strahlend. Ich habe nichts gesehen. Ich glaube, der ist hier im Gebüsch drin. Oder die wollen, dass wir gerade uns alles... Ah, guck mal hier. Guck mal, da ist. Guck mal, da ist. Ja, guck mal, da ist. Nooo. Das ist jetzt ziemlich das Unintil, das man machen kann. Wenn man um Ring von 4 Feinden ist und eventuell noch wegjumpen könnte. Was? Wir hatten das jetzt gemacht. Und wie hat er das nicht gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden so verlieren. Wir sind einfach Profis. Alle gemeinsam, so wie wir hier stehen. Was haben wir denn hier? Das ist Fähigkeit, Abgegenzeitverringerung. Das klingt gut für Tibors. Dazu noch an Fähigkeitsstärke starb. Okay. Magieresistenz ist, glaube ich, auch ganz geil. Aber ich glaube, die gehen alle auf AD. Der Gegner hat einen Turm zustimmt. Ich bin nie mit Streichhölzern. Der geht auf AP. Ja. Und sie. Oh mein Gott. Niemand ist bereit. Ja. Wir sind wieder hier. Ja, da kann ich aber nichts machen. Alleinige. Das sieht ganz gut aus. Auch das sieht ganz gut aus. Das sieht auch hier gleich ganz gut aus. Ja. Und wie war es hier jetzt? Ach, hier geht es. Das sind die guten Wasein. Gern. Ne, noch nicht. Aber kommt gleich. Haben sie aber nicht. Ja, ja. Die werden hier gleich auftauchen. Unsere super freundlichen. Oh, ho, 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 ho. Ha, ha, ha. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Der ist tot. Nein. Gebe ich mir ja rüber. Ich glaube, der geht auf AD. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Weil der hat ja gar keinen Mangel. Der kann ja gar nicht auf AP gehen. Oh, oh. Oh. Das war knapp jetzt. Bleib nicht zurück. Ich gehe mal vollgestrahlen. Hier lang. Das war die beste Idee, die ich je hatte. Einfach mal nur. Wir haben also ziemlich absolut gar nichts getötet, was irgendwie hätte sterben können. Der würde jetzt nochmal sein Ding hier drauf hätten. Gut, er hat es verfehlt. Ich muss da auf jeden Fall nochmal draufhauen. Ähm. Ja. Die Runde sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oder auch nicht. So. Der geht dauernde Inhibitor. Sind wir schon da? Und ich stelle mich da mal hierher und versuche. Türme mit abzuhalten. Türme. Ich komme die Schnecke drüten her. jetzt kann ich stecken wir haben auch keine kills heute vier stück down ich habe auch noch mal das fiese kopf down oder ich alleine weil der muss für das stirbt einfach wobei gott oh mein gott ich habe jetzt ernsthaft ein minuten direkt das war's ja das war so klar jetzt oh mein gott das war das war richtiger fähig dass der so schnell hier ist die runde macht keinen spaß für alle die es noch nicht gemerkt haben sollten so wir sind vielleicht bei 860 da kann ich mir wenigstens hier dieses höhlenzapter kaufen gegnerische doppeltötung ich habe nicht mal 200 ap oh mein gott und die enthalte mich immer noch eigentlich ist es ja noch mach wo wo ich will mal bitte kurz ja ja ich drücke mal auf ja weil das ist auf jeden fall nicht machbar annie muss sich auf jeden fall noch üben du hast verloren ja annie muss sich auf jeden fall noch üben das sieht so gut aus auch der start war nicht so gut gelungen mit dem 1 afk weil ich glaube das war bestimmt wieder so ein lack einer von denen es momentan so viele gibt andere wie gesagt wenn man irgendwelche gems haben wollt wenn ihr tipps habt Verbesserungen nehme ich für jeden schacht immer gerne an ich kann ja nur besser werden ja Ja, ansonsten, ja, es war ja eine schwache Leistung mit Anni und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde am liebsten sehr oft mit Ash spielen im Let's Play, aber das würde, glaube ich, keiner toll finden, wenn ich jetzt nur mit Ash spiele. Immer nur Ash, immer nur Ash. Mal schauen, ob ich mir demnächst mal so einen Jep zur Brust nehme und den privaten Müsse spiele, so wie Ari. Und dann euch das im Let's Play zeige, mal schauen, wenn ich ihn mehr daneben könnte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.